So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und eigentlich ist heute ja Montag und eigentlich wollte ich heute eine Folge Max Out Monday raushauen, ne? Wollte wie Schilling, Alter, mein Letterking auf Level 50 pushen und dann den Videotitel klauen und schreiben, mein stärkstes, ne mein neues, bestes, stärkstes, heftigstes Pokemon, wie Daniel Schilling, was geht ab? Aber ich habe jetzt was anderes gefunden und gedacht, ne, das machst du nächste Woche, wenn es schon so alt ist, dass gar keiner mehr weiß, dass der Herr Schilling das gemacht hat und will euch kurz den Artikel zeigen, der ist jetzt hier in der Gruppe aufgetaucht, jetzt habe ich gedacht, das kommt wieder von den Indern, also von den Brüdern und Schwestern von BisaFanTV, aber das muss wohl auf der offiziellen Pokemon Go Seite stehen und ich habe davon noch nirgendwo jetzt was gesehen, dass da jemand berichtet hat, finde das aber sehr interessant, obwohl es jetzt nicht wirklich euch betrifft, ja, es findet statt, aber irgendwie haben wir nicht direkt was davon, aber trotzdem ist es krass, denn ihr fangt ja jetzt wieder an zu reisen, zu fliegen, zu machen, zu tun und da passt das sehr gut dazu, jetzt seht ihr die Überschrift, schillerndes Corazon erscheint zum ersten Mal in Pokemon Go und nicht nur das schillernde Corazon, was jetzt hier als nicht schillerndes abgebildet ist, sondern auch ein Pikachu mit so einem komischen Blumen-Hawaii-Hemd, ne, und ob das shiny ist oder nicht, da habe ich auch absolut keine Ahnung, aber, manche haben ja noch nicht mal einen Corazon, ja, Corazon ist ein kontinentales Pokemon, müsste auch irgendwo in Südamerika, Florida, Miami, Beach, sonst wo rumrennen, auftauchen, Corazon gab es mal zum Go-Fest, glaube ich, oder die Safari-Zone, Go-Fest, Safari-Zone, Ich glaube, in der Safari-Zone Dortmund war das ein Spawn, was eingeführt wurde als kontinentales, was man eben fangen konnte, auch hier in Deutschland, sonst was, also theoretisch könnte da doch schon jeder ein Corazon haben, ögemann werden die kontinentalen natürlich aber auch als shinies eingeführt, bei Generation 1 haben die das gemacht, sie haben dann einfach Tauros, Kangama, Porenda, Pandimos in 7 Kilometer Eier gepackt, ihr konntet die dann brüten in einem Event, dass ihr die Einträge hattet und später haben sie die nochmal in die Eier gepackt und ihr konntet die auch als shinies brüten, um die eben so zu bekommen, jetzt ist es aber anders, es gibt keine Eier und es gibt kein Event, es wird einfach released und, ja, ihr müsstet theoretisch reisen oder manche Leute, die tun ja Spoofen, ne, die tun Menschen, die tun ja alles, was mit Tun zu tun hat, auch Spoofen tun, ich möchte euch aber jetzt erstmal den komischen Satz vorlesen, hier, äh, Artikel, Trainer, The Pokemon Company hat Pokemon Luft-Abenteuer veröffentlicht, ja, eine Initiative, die in Japan ihren Ursprung fand und wundervolle Reiserinnerungen erschafft, um das zu feiern, wird ab dem 22. Juli, schreibt's euch mal auf, in Okinawa, Japan, ein spezielles Pikachu mit einem Okinawa Kariyushi Shirt in Pokemon Go erscheinen, dieses Pikachu wird über ein Jahr dort erscheinen, damit du auch die Möglichkeit haben wirst, es in Okinawa zu fangen, wenn du wieder reisen kannst, das heißt, ein Jahr lang wird ein Pikachu dort in Okinawa sitzen, diejenigen, die dort wohnen, die können sich gleich tausend Stück mitnehmen, bei einem Go-Fest oder sonst was, ist das sicherlich ein gutes Tauschmaterial, wenn dann alle Nationen zusammenkommen und man sagt, guck mal, mein Pikachu hat ein Hemd und der andere, ah, meins ist nackt, cool, darf ich das nackte haben, weil ich will nicht so, dass das was anhat und dann tauschen die sich das so, von Shiny oder nicht Shiny steht hier jetzt an sich nichts, man könnte aber denken, vielleicht gibt's das ja als Shiny, das erscheint so lange und diejenigen können sich auch ein Shiny-Pikachu sichern, das wäre auf jeden Fall cool und passt gut zur Pikachu-Sammlung, zur Shiny-Pikachu-Sammlung, die man sich ja angelegt hat, das heißt, die meisten werden sowieso am 22. Juli einfach noch nach Okinawa reisen und sich das Pikachu holen, als Buddy nehmen und jeder weiß dann genau, aha, das ist ein Japaner, jetzt hab ich's, jetzt weiß ich endlich, wo der herkommt, weiß der Bescheid, so, dann aber, wo stehen das hier, wenn du wieder reisen kannst, genau, genau wie bei Kariyushi-Pikachu werden wir versuchen, auch in anderen Regionen, tolle Pokémon-Begegnungen in besonderen Outfits, die nur in bestimmten Teilen der Welt zu finden sind, anzubieten, das heißt, in Okinawa gibt es also dann das Pikachu, aber an einem anderen Ort packen sie dann was anderes hin und an wieder einem anderen Ort packen sie wieder was anderes hin, vielleicht gibt's dann in Berlin auch endlich das Döner-Pikachu, ja, warum Berlin und Döner, weiß ich nicht, dann gibt's halt das Currywurst-Pikachu mit einem richtig dicken Bauch, eine Currywurst in der einen Hand, einem Döner in der anderen und, das sieht auf jeden Fall dann eine Capital Bra-Eistee-Cabby noch auf, so, ich weiß es nicht, auf jeden Fall wird es wohl anfangen, dass sie jetzt solche Sachen öfters machen, das ist der, das ist der Reiter, ja, das, das legt jetzt alles vor und dann kommt immer mehr nach, bin ich mal gespannt, es wurden ja verschiedene, äh, kostümierte Pikachu noch im Code gefunden, wo alle dachten, dass sich das alles aufs Go-Fest bezieht und es insgesamt dann wohl vier verschiedene Pikachu gibt beim Go-Fest, jetzt sieht man daran aber, nein, es gibt nur dieses Popstar- und Rockstar-Pikachu und das gehört nicht zum Go-Fest, das ist allgemein für so ein Event, sagen wir mal, es ist ja kein Event. Halte Augen, halte also die Augen offen, um weitere Informationen hierfür nicht zu verpassen, schillerndes Corazon wird ebenfalls am 22. Juli zum ersten Mal im Pokémon GO erscheinen. Corazon ist ein Pokémon, das nur in bestimmten Regionen anzufinden ist, aufzufinden ist mit ein wenig Glück, findest du vielleicht sogar ein schillerndes Exemplar. Für diese Begegnungen ist kein Zeitlimit gesetzt, damit du dich auf die Suche nach Corazon machen kannst, sobald du wieder reisen kannst. Ihr seht, es geht bergauf, trotzdem ist das Go-Fest noch, ähm, weltweit und nicht vor Ort. Ich denke mal, ja, wird der Yentic dadurch eben auch mehr Einnahmen haben, dadurch, dass jeder sich das Ticket kaufen kann und das nicht begrenzt ist auf eine bestimmte Anzahl. Vielleicht werden die das also immer so handhaben jetzt, weiterhin. Oder sie machen eins vor Ort und eins so weltweit mit verschiedenen Ticketpreisen. Könnte man auch denken, Flooddy Burbs & More ist jetzt ein Wurm. Ich glaube, der ist aufgestiegen. Also der hat die nächste Stufe von seiner Entwicklung erreicht, ja. Obwohl als Wurm könnte man denken, man entwickelt sich zurück. Ist aber hier nicht so. Grüße gehen raus an Flooddy an der Stelle. Ist halt auf jeden Fall auch interessant. Das Pikachu wird also ein Jahr verfügbar sein. Das Corazon ist immer verfügbar und wird dann als Shiny eingeführt und ist natürlich weiterhin immer verfügbar. Man muss halt nur mal dahin kommen. Also da bietet es sich ja an. Ich kenne auch viele hier aus der Gruppe damals, die gereist sind und dort sich eingedeckt haben mit vielen Exemplaren, dann zurückkamen und die schön verbreitet und getauscht haben. Wäre also eine gute Sache, das den Leuten noch ein bisschen schmackhaft zu machen. Aber die meisten spoofen wir heutzutage. Spooft ihr? Ja, nein? Schreibt es mal rein. Habt ihr schon ein Corazon? Ja, nein? Schreibt es mal rein. Freut ihr euch auf Shiny Corazon? Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Wir können ja mal kurz hier drauf drücken. Shiny Corazon. Wie das ausschaut. Bilder. Shiny Gala Corazon. Gibt es auch. Aber das Normale, was wir jetzt suchen, muss wohl dieses sein, was halt dann so bläulich ist. Ja, dann hat es das Bild wieder weg. Das hat auf jeden Fall super geklappt. Statt rosa ist das wohl also dann einfach blau. Sieht so ähnlich aus wie Mew. Ist dann also ein Mew mit... Ja, eine Koralle. Sehr schön. Hier geht gleich noch ein Fünfer auf. Den werde ich noch machen. Und ansonsten steht hier nichts weiter. Außer achtet wie immer auf eure Umgebung. Wenn ihr Pokémon Go spielt, haltet euch an die Verordnungen von Gesundheitsbehörden. Änderungen an kommenden Events sind vorbehalten. Wir halten euch über unsere Social Media Kanäle, Push-Mitteilungen und E-Mails auf dem Laufenden. Informationen zu den aktuellen In-Game-Events und Feature-Updates findet ihr in diesem Hilfe-Sender-Artikel. Was mir dann noch einfällt, was ist eigentlich mit den drei Safari-Zonen geworden, die sie angekündigt hatten, wegen Corona dann verschoben haben, man an dem Tag trotzdem weltweit sozusagen als Ersatz erstmal spielen konnte, aber es immer hieß, dass das trotzdem vor Ort nachgeholt wird. Ich meine, jetzt ist schon wieder das Go-Face da, dann kommt das, dann hier, dann jenes. Kann das sein, dass sie das einfach unter den Tisch fallen lassen und keiner kriegt das mit? Ich habe die Medaillen von den drei Go-Festen, ich habe die drei Tage gespielt, jeweils als sie waren, aber halt zu Hause, weil man das ja zu Hause dann spielen konnte, aber eigentlich hieß es ja, dass man das trotzdem, dass das nachgeholt wird vor Ort und noch stattfindet und die Leute, die ihre Tickets nicht zurückgeben und das Geld wieder bekommen, die Tickets immer noch die Gültigkeit haben, dann für das Nachhol-Event. Habt ihr auch ein Ticket für eine Safari-Zone, die verschoben wurde, wo ihr darauf wartet, dass die irgendwann noch stattfindet, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das war es jetzt von meiner Seite aus, also keine Max Out Monday-Folge heute, fix mal das, fix mal hier reingeschmissen, bin ich wieder der erste Mensch auf der Welt, der das liest, also die 10 Millionen, die es vor mir gelesen haben und mich darauf hingewiesen haben. Das war es jetzt von meiner Seite aus, heute Abend chill mit Ramses, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer, euer, euer Bisa-Fan-TV, genau, euer Ramses, ciao.